Es ist einfach sehr schön wieder hier zu sein in diesem tollen Ambiente und viele bekannte Gesichter zu treffen und einfach mal ausgelassen, unbeschwert sich unterhalten zu können, nicht nur über Geschäftliches. Ich kenne das ja nun seit 13 Jahren glaube ich und ich freue mich jedes Jahr immer wieder. Die Location verändert sich ja nicht, weil man sich eben hier auch sehr gut treffen kann auf der Bühne und ich glaube auch heute Abend wird das wieder eine grandiose Nacht. Wir haben natürlich schon viel Vorerfahrung und wissen, dass es immer sehr imposant wird. Als Bestätigung für das, was man im Jahr so tut, ist das eine ganz tolle Entlohnung und deswegen nehmen wir die Einladung immer sehr, sehr gerne an. Ich denke, es ist eine große Atmosphäre. Ich bin sehr glücklich darüber. Ich denke, es ist eine große Möglichkeit, verschiedene Partnern zu treffen und zu sprechen, wie wir zusammenarbeiten können. Ich bin sehr glücklich darüber. Ich bin sehr glücklich, dass wir wieder hier sind. Es dauerte ein paar Jahre. Ich bin sehr glücklich, dass wir wieder hier sind. Es dauerte ein paar Jahre. Und einfach, um hier zusammen zu sprechen, muss nicht immer Real Estate sein. Aber es ist einfach diese persönliche Interaktion. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich, dass wir wieder solche Events machen. Es macht ganz viel Spaß. Wir haben eine tolle Auszeichnung gehabt für viele sehr erfolgreiche Kollegen, Kolleginnen und auch Partner. Wir haben ein sehr gutes Jahr gehabt, können damit sehr zufrieden sein und konnten so dementsprechend auch zahlreiche erfolgreiche Partner auch beglückwünschen. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020